Ach, wir müssen an das Wächterbein kommen. Ich bin zu weit weg. Genau. Oh, Entschuldigung. Warum? Stab mit Verband. Käferbein. Genau, war alles Absicht. So, jetzt haben wir irgendwo das Käferbein. Das setzen wir. Wie, es würde nicht halten? Was soll denn das? Es klebt nun. Eingepanscht. Äh, ja, ja. Hier? Juh. Sie lässt sich nicht öffnen. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder ein Elefanten und ein Seil. Ein süßer, kleiner Wurm. Nicht wahr? Er erfüllt seinen Zweck. Nur was? Es ist zu eng, um ihn durchzuklettern. Was bringt uns das jetzt? Wenn ich jetzt reingehe, kann ich dann hier durch das Loch gucken? Es ist zu eng, um ihn durchzuklettern. Mimimimimi. Mimimimimi. Das hat ja dann wohl irgendwas mit dem Wächter da auf sich. Nur was. Ähm. Nein, ja, ja. Hm. Nur was bringt uns das zur Hölle? Ich. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Sie lässt sich nicht oder eine... Ich hasse diese Tür mittlerweile auch. Sie lässt sich nicht oder eine... Ich hasse... Ja, ja. Es ist ein weiterer... Ja. Ich verstehe es nicht. Besser nicht. Ich sehe kein Zusammenhang. Ich auch nicht. Ich versuche das einfach nur so ein bisschen. Ich kann den Verband probieren. Sie wirkt nur auf... Die Schale glä... Das ist geil. Ich versuche noch mal so ein bisschen. Sie strahlt. Das bringt... Bis ich nicht... Ich versuche nur mal so... Danke, Harry. Ja, 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 ja. Ihn abfüllen bringt auch nix. Das wird nie... Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich darf mal... Ich kann... Aktivieren, die, aktivieren. Das geht nur beim... Das geht nur beim... Das geht nur... Das geht nur... Das geht nur... Aber das bringt doch nix. Kommt auch nicht da an die Säulen ran. Da kommt auch... Da kommt auch er nicht ran. Das ist mir ja schon... Ja. Das ist mir ja schon irgendwie klar. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Können wir da irgendwie den durchschieben? Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Ich drücke gleich auf die Hilfe, ey. Verdammt. Warte mal, ich gucke mal hier auf... Ja, öffnet die Grabkamera. Ja. Das ist mir schon bewusst. Dass ich eine Verbindung zwischen dem Wächter und der Tür herstellen muss. Das hab ich mir doch wahrlich schon gedacht. Nur was für eine Verbindung. Ich seh nur irgendeine... Den Mann möchte ich sehen, der diese Mauer mit seiner bloßen Faust einschlägt. Nur was für eine Verbindung. Ich komme in... Ja, ja. Ja. Ich meine Schritte zu hören. Wo ist überhaupt Rachwahn? Dahinter liegt der Grabeingang. Soll ich ein Gang? Das ist alles schön und gut, aber das bringt uns ja nix. Ja, wecke ihn. Bringt uns auch nix. Ja. Habt ihr ihn nicht schon... Er ist doch n... Ja. Da kommt... Da kommt auch... Da kommt... Die können wir auch so nicht... Nicht einreisen. Ah, er hat doch zwei Hände. Kann er doch laufen. Das ist doch Blödsinn. Alles Blödsinn. Und ich weiß nicht weiter. Lalalalalala. Lalalala. Ich weiß nicht weiter. Mehr Beine werde ich nicht finden. Okay. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Nur was... Was zum Teufel sollen wir denn tun? Wer hat dieser Hallner? Eine... Nein. Ich verstehe es nicht. Wir können den Koloss erwecken. Wir können die Hand erwecken. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich kann sie von... Sie lauert gegen... Er hört mich nicht. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Mit den Beinen geht er nirgendwo mehr hin. Der Wächter und sein Meister. Der Wächter... Hand. Hand, Hand, Hand. Hand. Ich kann sie von hier nicht sehen. Sie lauert... Das bringt uns doch echt alles nix. Was bringt uns das? Nichts. Hm. Grabeingang. Wollt ihr sie einreißen, muss die Hand zur Tür. Oder beides miteinander verbunden werden. Beides miteinander verbunden werden. Ja, aber ich kann nicht schlecht mit dem blöden Verband hier... Ich bin zu... Das Ding verbinden... Also... Wollt ihr sie oder be... Ich bin... Ich bin zu... Ich bin zu weit weg. Wollt ihr sie oder... Ich roste aus. Aber wir können doch nicht nur mit dem blöden Verband die Tür einreißen, oder? Hm... Nein. Ich darf jetzt nicht... Für ihn kommen... Mir fehlt die W... Ich darf mein... Ich komme nicht... Ich komme nicht ran. Natürlich. Wollt ihr ihn wecken? So... Ich bin zu... Prinzessin. Ich bin so viel zerbrechlicher, als ich aussehe. Wie alle Männer, die ich kenne. Achso. Sie wollte ihn als Türöffner benutzen. Verzeiht. Aber Totenerweckung... Wollt ihr ihn... Nein. Nein. Besser nicht. Nein. Mir fehlt die W... Hm. Hm, nein. Wollt ihr ihn we... Das bringt mich nicht weiter. Nein. Ich darf mein... Ey, ich raste gleich aus. Äh, ich weiß langsam wirklich einfach nicht mehr weiter. Das Ganze kommt mir so ein bisschen bekannt vor aus Memoria, dass ich plötzlich nicht mehr weiter weiß. Äh, das ist blöd. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Cut und gucke mal, wie es weitergeht. Und versuche nochmal ein bisschen hier rum zu albern. Äh, ich bin gleich wieder da, wenn ich was gefunden habe. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und, ähm, wir können... Warte mal. Wir können die Kette benutzen. Und anscheinend ins Loch machen oder so, so wie sich das angehört hat. Ah ja. Nein, wir können die Kette durch das Loch dort schieben und, äh... Müssten sie jetzt eigentlich an dem Arm... Ein süßer, kleiner... Eröffel. Ja, ja. Befestigt haben, oder? Plong. Plong. Okay, er schießt sie dort hinüber. Dann, äh, nehmen wir diesen Wächter. Dieser Wächter wird jetzt diese Metallkugel nehmen. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Dann, ja, aber wie? Das wäre ein Rückschritt. Müssen wir ja irgendwie die Metallkugel... Sind sie nicht süß? Ja, mit ihren großen Augen. Müssen wir ja irgendwie... Ich komme nicht... Die Metallkugel... ...nach dort hinten befördern. Zur Halle. Genau. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen. Und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Aber es ist schon komisch, dass die Kette auch immer länger wird, ne? Durch diese... Weiß ich nicht. So, jetzt nimmt der die Metallkugel und... Äh... Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Ich bin zu weit weg. Ja, du sollst... Ich bin zu... Ich bin zu weit... Ich bin zu weit weg. Ich bin zu... Ich bin zu... Ich bin zu... Ja, ich bin zu weit weg. Ich weiß doch. Bla, 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 bla. Aber er hat sie in der Hand, ne? Er hört mich nicht. Er war schon so, als wir her... Wer weiß... Ich kann sie von... Ja. Dann, äh... Warte mal. Machen wir das nochmal. Genau. So, diese... Nimm den Wächter... Und zieh! Bamm! Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey! Du? Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld. Wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst. Ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Äh... Ich habe hier so eine Silberschale. Wie wäre es denn damit? Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Und dann hier Reichtümer? Irgendwas? Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot. Der Palast geplündert. Ich war dabei. Na dann hier den Rubin. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Hm. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in tausend Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadja Al-Kibir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Und das ist ein Geist. Was ist groß ein Geist. Steig?